Hehehehe! Hallo Leute! Hey ho Leute, ich bin's wieder euer PB-Style und weiter geht's mit dem nächsten Part! Haut rein und viel Spaß! Hier, geh an den Computer, wir chatten mal ein bisschen. Stop shitting everywhere! What are you gonna do? Complain me to death? Yes. You just agree with anything, don't you? Kind of pathetic. What? Oh, go ahead, keep doing this and you'll get a special secret bonus. You wish, Freak! Das wünschst du dir! Oh! How did you know that? Right! Nope. You don't have... Alright, Miss Contrary. Fuck you! Oh nein, ich bin wieder reporting! Nein! Bastard. Who's the bigger bastard? The bastard or the guy who keeps the bastard locked in a cage? The bastard. The bastard, of course. Lil. Is this really what Algor invented the internet for? Yes. He did. Don't you have any opinions of your own? Opi, what? Waste. Waste. I'm not going to dignify that with an answer. But you did. What's the next thing you're gonna buy me at the store? Wait. I'll look. First. Yeah, 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 yeah. Du brauchst doch nicht beantworten. Ich schaue ja erstmal, was es da so gibt für dich. Essen, essen, essen brauchen wir immer wieder. Klopapier brauchen wir nicht mehr. Ja, weil er geht aus Klo. Ja, da geht er schon wieder aus Klo. Kacken. Ich bin so stolz auf dich. Du sollst nicht das Klo wegschmeißen, du Bastard. Wow. Da, ich hab dir Essen hingelegt. Du sollst lernen, da hinzugehen, wenn du erst essen willst. Warum stellst du alles in Brand? Irgendwann kann ich nicht mehr mit der Gassi gehen. Ach ja, ich wollte ihn ja bestrafen, wenn er... Wenn er irgendwas in Brand setzt. Okay, komm. Du willst ein bisschen spazieren gehen? Na gehen wir. Alter. Der hat Wünsche und Anträge ununterbrochen. Das nervt doch. Wow, ein Stück Scheiße. Kleiner Bastard, was schenkst du mir da? Das wollte ich schon immer mal haben. Ein Stück Scheiße. Arschloch. Hier ein Frisbee. Hier, werd glücklich. Alter, hör auf, das Klo rumzuschmeißen. Irgendwann geht mir das Essen aus. Ich sag's euch. Much growing up. Was zum... Nein! 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 Nein, was ist das? Das ist die letzte Stufe anscheinend. Aber was ist das? Was ist das? Als hätte er zwei... Schaut aus, als hätte er das... Als wären das haarige Hoden. Und das in der Mitte ist einfach nur ein... Ein Eierschutz, mehr nicht. Wenn grown up, Pet thinks it can be cool with Cigarette. Make it health safety. Boah, da raucht er wieder. Hör auf zu rauchen. Alter, der schaut ja richtig erwachsen aus. Du schaust scheiße aus. Hier, schmeiß. Böse! Böse! Play Fetch. Oh, cool. Wir haben schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Achievements. Yay! Genau. Hör auf zu rauchen. Hör auf zu rauchen! You have cured the worst habit, but now what awakens in Pet? All living things make sexual time. Oh nein! Your friend's sex fire is burning in a confusing way, foe. Oh nein, er poppt, er poppt! Nein! Meine Augen! Meine Augen! Oh mein Gott, was hab ich grad gesehen? Nein! Nein! Und es kommt immer wieder ein neues Stofftier runter. Hör auf! Das arme Stofftier! Nein! Nein! Like a cold shower, you have worked a sexless magic. Oh, but Pet Angers. Congratulations. Pet's agedness makes drinking acceptable now. Perhaps it has already gone to drinking. Oh, nein, 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 was passiert hier? Viel zu viel, viel zu viel, was passiert hier? Ich will die Kacke wegschmeißen. Geh weg! Nein! Du trinkst heute nix. Nein! Was? Collected 200. Nein, du trinkst nix. Nein! Geh weg! Yes! Hab ich gut gemacht. Wieso schmeißt er die Kacke einfach rum? Wow! Das wird schwer. Da, ich kauf dir noch so eine Sexpuppe extra für dich, aber hör auf mit dem Scheiß. Hier, deine Sexpuppe. Warte, ich säubere dich mal. Und komm her. Ähm. Nein, ich hab's festgebackt, oder? Nein! 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 Nein, meine Punktzahl ist down! Meine Punktzahl! Ich wollte ihm doch gerade wieder alles geben, aber... Why? Why did you do this to me? Stop that! Dad! Hier. Alter! Ernsthaft? Ernsthaft? Böse! 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 Arsch abwischen! Okay, das darfst du... Nein, darf er auch nicht. Er muss hier dafür rausgehen. Oh mein Gott, er ist gestorben schon wieder. Und jetzt meine Punktzahl am Arsch. Wortwörtlich bei ihm. Eine Münze! Böse! Böse! Was hat er jetzt gerade gemacht? Alter, checkst du nicht, was Böse heißt? Böse! 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 Alter, was gibt's hier da? Muss ich jetzt wirklich so lange auf ihn aufpassen und ripsen und furzen lassen? Hier, popp dich mal ein bisschen schlank. Hier, mein Freund, kriegst du ein bisschen Spielspaß. Dann ist halt was! Alter! Das wird jetzt so möglich sein, der wird sterben. No! Stop that! Stop that! Stop that! Geh zum Kacken woanders hin. Oh, was muss ich hier jetzt noch tun? Bitte! Stirb! Oder lass es bleiben, aber... Nein, nicht noch einen Kackhaufen! Wieso bringst du jede Scheiße mit nach Hause? Warum tust du mir das an, mein Freund? Kann man Scheiße ver... Ah, man kriegt kein Geld für Scheiße. Nein, nein, nein! Das zerstörst du mir nicht! Bastard! 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 Los, wir chatten mal ein bisschen. Hier. Wanna have sex? Listen, if I needed somebody to tell about sex, they tell me about sex, you definitely wouldn't be the one I'd ask. That hurts. Have you suffered a major head injury recently? That hurts, too. You must be... Can you leave me alone for a minute? I'm waiting for your mom to call me back. Sie wird dich nie wieder anrufen. Alter, jetzt hat er schon wieder Hunger, nicht dein Ernst, oder? Der wird hier verrecken. Der wird hier verrecken! Hör auf damit! Und scheiß mir Geld aus! Oder nein, wir müssen rausgehen, schnell! Wir brauchen Kohle! Sonst wird er wirklich verrecken. Und dann war's das mit diesem... What the fuck, Rage and LOL! Ja, wir haben Geld! Ich seh's nicht mal. Wo ist das Geld dann? Yay! Ein Hundeknochen für dich. Take that. Wow, das hat's ja so gebracht. Alter, hör auf. Scheiß mir Münzen aus dem Pokal, sonst stirbst du wirklich. Stage drunk. Hör auf. Der macht jetzt die Flasche kaputt. Nein, doch nicht. Alter, hör doch auf damit. Hey, er hat's nicht kaputt gemacht. Er ist brav. Der ist doch noch brav. Er ist tot. Gut. Wir haben verkackt. Wir sind abmitten mal der Skor und ich bedanke mich mal für... Okay, ich weiß nicht, wo er mich weitergebracht hat, aber das ist mir sowas von scheißegal. Ich bedanke mich mal für das schöne What the fuck, Rage and LOL mit euch und... Äh, joa, wir sehen uns im nächsten What the fuck, Rage and LOL. Ich hab ja kurz, äh, I wanna be the guy Guiden aufgehört, weil ich kurz Pause dafür gebraucht hab, aber ich glaub, ich mach noch nicht weiter damit, weil ich reg mich viel zu sehr grad damit auf und ich komm nicht weiter und ich glaub, ihr wollt nicht einen Part nur sehen, wie ich an der einen und derselben Stelle immer und immer und immer wieder sterbe. Deswegen gibt's im nächsten Part, ich kann's jetzt schon mal sagen, ähm, Swimming in a Vagina. Also Leute, haut rein, euer PB-Stay und freut euch schon mal drauf. Haut rein. Tschüss.